Immer noch der 31.12.2019. Nein, ich muss nicht in medizinische Betreuung. Nein, ich muss nicht in psychologische Betreuung. Mir ist vorhin dann so ein Reim eingefallen und da habe ich dann Alkapella gesungen. Das musste ich mir dann aufnehmen, dass ich es nicht vergesse. Ja, und jetzt habe ich auf die Schnelle ja doch drei Strophen, drei Refrains gebracht, die Alkapella oder A-Kapella hier rüberkommen. Ist dann vielleicht meine Antwort auf diesen WDR-Drecks-Fuck-Scheiß-Dreck. Ja, und das Lied heißt, das ist vielleicht noch wichtig, CO2, du geiles Gas. Zu bewundern, zu hören, zu sehen, mal wieder bei VK, Bitschut oder Wauwiknews.tv. Wir hören, sehen uns gleich.